Hi und herzlich willkommen zum Remake der Folge 2, jetzt in besserer Bildqualität und verpixelt. Ich bitte euch zu bedenken, dass das Video auch mittlerweile 2 Jahre alt ist und ich seitdem mein Fast-Ziel teilweise auch verändert habe. Wir beginnen diese Folge mit einem Drängler. Auf diesem Teilabschnitt der Autobahn herrscht keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Leider können wir aufgrund der Verkehrslage momentan trotzdem nur 110 kmh fahren. Die rechte Spur ist weitestgehend frei, aber da ich selber schneller fahren möchte, bleibe ich auf der linken Spur, um mich hinterher nicht wieder in die Schlange der Autos einordnen zu müssen. Beim Hintermann gefällt der Sicherheitsabstand, den ich nach vorne halte, scheinbar nicht unbedingt. Er selbst fährt anfangs knapp mit 5 Meter Sicherheitsabstand, zwischenzeitlich sogar nur mit 1 bis 2 Metern Sicherheitsabstand hinter mir her. Nach dem Warnblinker hat er dann auch etwas mehr Abstand gehalten. Danach hatten wir dann noch jemanden, der sich entschieden hat, nicht in der Schlange links mitzufahren. Das wurde her. Das ist einbergre Musik Die heißen die singen Endlich August Oh scheiße Aber das war jetzt nicht für uns Schreibt mal bitte auf 4 Minuten 10 Ein paar Momente später Was brennen die denn? Die wollten vorbei, da guck mal Die sind die da draußen Oh, Alter Ja Einfach so Vielleicht hätte er was Böses gemacht So ein kleiner Dreckiger Passat, weißt du? Sag, ich hab vorhin gesagt, ich hasse Passats Wieso? Der Audi kann sich auch nicht gut für eine Spur entscheiden WTF? Das möchte keiner aufspeichern Was soll der Scheiß? Was macht der denn, Alter? Ich hab keine Ahnung Ey, der zieht jetzt nicht immer vor dem Reinen, oder? Denkt ihr der ist Street Racer, oder so? Er hätt gerne gemacht Er hätt gerne gemacht Der zieht gleich vor dem Reinen Nee Was soll ich immer noch als Backtruss? Immerhin hat er direkt geschlafen Was hat sie jetzt getracht? Oh, Playbody Oh, Playbody Oh, Playbody Oh, Playbody Ja, okay, jetzt steh ich hier Doch bin allein vor einer Bahn Da bin nur ich und sonst nichts Unfall in 100 Metern Jep, stimmt Dreck den scheinbar keiner außer mir sieht Aber wie auch, wenn niemand rausschaut War schon immer sparsam Mach doch immer fest Doch, doch, dass die Mardern Los noch konsequent Dem Kommentar kann ich mich nur anschließen So kaputt wie seine Tür aussieht Danke übrigens an dich Dass du immer so häufig kommentierst Ist ja gut, ich fahr ja schon Ich verkaufe mich für Werbedürfe So werde ich rich Eine abgehobene Snitch Die auf Twitter rumwitscht Denn der Scheißenschlauch Wie Einstein Doch da täusche ich mich Der Dauertsing ist schlimm Warum hab ich keine Freundin? Und das Boot sehr schul Die Chips stehen jetzt links und links auf Das muss gefeiert werden Mit Crunchit Das ist doch nicht wahr Wenn ich sie da nach oben Was? Wenn sie da nach oben gefahren Keine Ahnung Aber sie muss runterfahren Dann bleibt sie gefälligst nicht stehen Also wenn sie rauf fährt ist okay Aber dann muss sie auch wieder runter Das war rot Das war rot Nach 900 Metern Da ist ein Trecker 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 So holen wir gleich Nach 300 Metern Links abbiegen Und dann rechts abbiegen Hier ist ein Trecker Da ist ein Trecker Staab Hier ist ein Trecker Und dann Na, gesehen? Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Jetzt kommen noch ein paar andere Amok-Fahrradfahrer. Weil Leute geschrieben haben, dass ich ja auch gelb hatte. Ja, das stimmt. Aber er hatte rot. Außerdem waren noch andere Autos hinter mir und die hätten dann die Kreuzung zugestellt. Aber ja, es war auch mein Fehler. Und auch noch alle über rot, ja? Dass hier ein Fahrradfahren unterwegs ist. Ja, ist ja auch, da vorne ist ja auch eine Fahrradtrasse. Das ist ja alles in Ordnung. Aber es gibt halt Verkehrsregeln, wenn die für alle gelben und nicht nur für Autofahrer. Wahre Worte. Jetzt leicht links abbiegen und dann rechts abbiegen. Ja genau, ziehe deine Kinder über eine rote Ampel. Vielleicht ist es dann ja bald auch schon das Lied vom Tod deiner Familie. Okay. Ah, ne, ich will doch rechts noch. Wow, richtiger Idiot, Alter, ohne Scheiß, richtiger Huren, so ein Busfahrer. Da haben sicher zwei getroffen, Fahrradfahrer ohne Licht und Bus ohne Überholabstand. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Ui, 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 ui. Sie haben die Nebelschlussleuchte an. Kein Problem. Auch darüber, dass ich diese Dame auf ihre Nebelschlussleuchte angesprochen habe, hat sich jemand in den Kommentaren aufgeregt. Aber die Frage ist, warum? Viele Leute merken gar nicht, wenn ihre Lichter kaputt sind oder sie beispielsweise die Nebelleuchte oder Fernlicht anhaben. Die Dame hat sich doch sogar darüber gefreut, dass ich ihr Bescheid gegeben habe. Außerdem ist sowas auch ein Risiko im Verkehr. Naja, ich freue mich immer, wenn mich jemand darauf aufmerksam macht, dass irgendwas falsch ist am Auto. Auch wenn ich es meist bemerke, bevor mich jemand darauf aufmerksam macht. Dem braucht glaube ich keiner zu sagen, dass sein linkes Rücklicht kaputt ist. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wahrscheinlich Fahrradstaffel auf dem Weg zum Einsatzort. Und wenn ihr glaubt, ihr hattet einen beschissenen Tag, guckt euch den Typen an. Das wars auch schon wieder, bye bye. Bis zum nächsten Mal.